Hey, was ist denn das da vorne? Keine Ahnung, sieht aus wie Angriff der Fragen. Ja? 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 Ja! Yeah! Wen muss man umbringen, um in euer Video zu kommen? Äh, unsere Videos? Warte mal. Den da! Den da! Obwohl... Hey, der da vorne! So, wem kann ich denn noch? Geht schon los? Was ist euer Lieblings-Pokémon? Unser Lieblings-Pokémon ist natürlich Ziegel aus Pokonube, denn niemand kann Ziegel widerstehen. Oder natürlich Touretti. Touretti ist auch echt toll. Touretti könnt ihr übrigens auch bei Moodrush käuflich erwerben. Gleich Werbung! Kann mal einer? Wie ich mich immer ärgere, wenn ich schon wieder nicht im Video war. Irgendwann wird es klappen. Klar, Kleines, redet ihr das ruhig ein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was ist der Sinn des Lebens? Die Lösung zu dieser Frage habe ich mir aufgeschrieben und wie Sheldon Cooper eine Gleichung aufgestellt und sie lautet... Wieso schaue ich eure Videos immer dann, wenn ich eigentlich lernen sollte? Ernsthaft? Warum?! Ey, aus unseren Videos kann man auch immer was lernen. Ja, zum Beispiel mach deine Hausaufgaben, lerne immer fleißig. Wer hat was gescheites? Sonst musst du deinen Lebensunterhalt mit YouTube verdienen. Schneidet ihr eure Videos immer noch mit einer Nagelschere oder seid ihr auf etwas Modernes umgestiegen? Ja, natürlich benutzen wir immer noch die altgewohnte Nagelschere. Aber trotzdem, für die Feinheiten des Films haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und sind jetzt auf Rasierer umgestiegen. Damit wir die wunderschönen Ecken im Film immer besser ausgleichen können. Jetzt mal ernsthaft? Was ist das? Ich muss schneiden, danke. Warum ist Tens so hübsch? Wenn du das ernsthaft glaubst, dann sehen deine Augen wahrscheinlich so aus. Na, ist dir dein Smartphone grad aus der Hand gefallen? Kann mal einer. Danke. Welche Art von Nerd ist Tens eigentlich? Ein Dummer. Er weiß wofür. Wie oft muss man eine gute Frage stellen, um in Angriff der Fragen zu kommen? Und wie oft eine schlechte? Wie immer? Wieso werde ich ignoriert? Habt ihr schon mal eine Ananas rasiert? Ja, habe ich erst letzte Woche hier vorne. Da könnt ihr mir das Ergebnis angucken. Keine Sorge, ist wirklich so schlimm wie es aussieht. Wo sind meine Pillen? Sorry man, deine Pillen habe ich nicht gesehen. I have the feeling! Someone is watching me! Wuhu! Ach der? Ne, der ist immer so. War das auf der Fensterbank bei 3 Minuten 2 ein Dungo? Nein, das war ein Pui Pui. Und so einen wie diesen hier könnt ihr auch bei Moodrush käuflich erwähnen. Schleichwerbung! Ja Schwede, jetzt reicht's. Aber hier du! Kann man Tens mieten? Mieten? Quatsch! Hier! Den kannst du geschenkt haben. Da! Und alle anderen aus meiner Wohnung auch. Die nerven eh nur. Alle? Ich fand das Video so lustig, dass ich es gleich zweimal gucken musste. Was ist bloß los mit mir? Du willst nur noch Apple Watch gucken. Du willst nichts anderes mehr sehen außer Apple. Ey, das klappt ja wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Ja, hab ich dir doch gesagt. Und jetzt gib mir all dein Geld, Chan. Ja, hast du... Wieso werde ich ignoriert? Uuuuuhuuhuuhu. Mts, 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 mts. Angenommen, ihr bekommt ein Angebot von irgendeinem Fernsehsender. Aber nicht RTL. Feuerangriff der Fragen. Dass es dort eben da läuft. Würdet ihr das annehmen? Auch hier haben wir wieder unsere Stipfe gezückt und eine Gleichung aufgestellt. Und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Wo ist Chans Hose? Hä? Was meinst du? Hier, ist doch alles da. Hey Chan, hast du... Ah, 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 ah! Was hat der denn? Ah! Meine andere hatte ich doch noch an! Chan, wie lang ist dein... Bitch! Ah, ganze 2,10 Meter. Aber wenn du *** willst, dann sag das doch einfach gleich. Ich hab grad beim Intro im Takt gefurzt. Uua, alter Mann! Ich freier dich hart! Ja! Ja! Warum macht Coldmirror eure Videos nicht? Wir haben auf diese Frage immer noch keine Antwort. Aber ich werde das telefonisch... Everybody do the flop! Mögt ihr Maggi-Brötchen? Warum Brötchen? Puh, wenn ihr jetzt auch grad fast gekotzt hättet, dann gebt diesem Video doch gerne mal einen Daumen rauf. Hier kommt ihr zum Apple-Wall der letzten Woche. Hier vorne geht's zu Chans Stapel der Schande. Hier oben stellen wir uns die Frage, warum ist deine Katze ein Arschloch? Vergesst nicht ein Abo da zu lassen. Wir sehen uns am Mittwoch zu den Fun Facts. Haut raus!